hab schon neu gestartet so von der spiegel tour das war die antwort darauf dass der streaming pc so ein bisschen schludert mit der leistung oder aufnahme pc und streaming pc warum habt ihr ein gehirn probleme wir haben aufgehört dass wir angefangen haben john steele oder jane steele zu ärgern und halt so ein bisschen umgebaut vor allem bereich strom bin ich ein bisschen am aufräumen damit ich halt wenn ich den havoc abfeuer nicht die ganze zeit überall feuer habe plus die ja die tresor raum auf die neueren tresore die leider auch strom benötigen umgebaut teilweise erst mal denke ich werde auch nicht diese größe von tresor raum brauchen wenn ich alles mit diesen energie tresoren machen weil die schon bedeutend größer sind als die alten 4000 zu 10.000 bedeutend größer ist ein bisschen mehr so passt schon übrigens irgendwie ein bisschen ärgerlich dass man nicht mehr türen bekommt durch forschung also dass bei diesen zwei türen am anfang bleiben anscheinend haben sie beim gameplay entwickeln zuerst gedacht okay vielleicht kann man bessere sicherheitstür mit der zeit bauen und die benutzen dafür und dann haben die das wieder verworfen und die beiden türen so als überbleibste drin geblieben weil wirklichen effekt haben die ja auch nicht aus dass sie angeblich gegen manche spione besser funktionieren sollen wo sind denn die missionen wo ich den ignorieren soll ach da ist auch die mission von von dem abschuss ich hatte ja die west das westliche säbe territorium habe ich ja beschossen wegen wegen bowler trümmer bowler und da ist noch die quest daraus rezeptieren klaus 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 Eine neue Nebenhandlung? Nein, es geht nur darum, den zu ignorieren. Da wird Atom-Orga kommen. Achso, hier unten ist die Dame. Also wäre die Mission vielleicht sogar hier in der Region, wo ich gerade natürlich nicht rankomme. Äh, hier zapfen wir noch Geld ab. Das lassen wir weiterlaufen. Aber das Ding wäre ich wohl abbrechen müssen. Keine Ahnung, was das Spiel von mir ist. Wie, hallo Leander und hallo Killer im Chat. Training resumed. Research has been paused. Research has resumed. Research has resumed. Ich bin sofort bei euch. Verbessert die Arbeitergesundheit über 50. Bei Arbeitern ist es einfacher, einen Ersatz zu klonen, als das Original fit zu machen. Research has begun. Das ist so ein schönes kleines Ding, das kann ich sogar hier oben noch setzen. Er sieht nur um eins versetzt aus, weil der Raum daneben nicht symmetrisch ist. Weil der Raum daneben um einen versetzt werden musste, wegen der Rolltreppe, beziehungsweise wegen der generellen Treppe. Also er ist symmetrisch in der Form, dass genau 3x3 Generatoren reinpassen. Mit einem Abstand. Damit die sich nicht gegenseitig abfackeln. Ah, ignoriere Jay Steel. Plus 1. Und hallo Daniel. Ah, dafür brauche ich einen Wissenschaftler. Da müsste sogar gerade Jay Steel dabei sein. Nö. Guten Abend, Raudi. Wenn du mit guten Abend gute Nacht meinst, dass du sofort wieder weg bist, dann gute Nacht, Raudi. Und hallo Silenzia. Ich habe gar keine Superagenten, weil Superagenten nicht rekrutiert werden können. Ich habe gar keine Superagenten, weil Superagenten nicht rekrutiert werden können. Das sind Handlanger, nennt sich das. Töte Superagenten. Töte Superagenten. Töte Superagenten. Und dann schreibt er mich halt an. Warum fragen heute alle Leute, ob es okay ist, Alkohol zu trinken? Mir wurde auch vorhin geschrieben, ist das okay, dass ich, also von der Kollegin, dass die Montag schon Wein trinkt? wo ich gemeint hab langjährige Erfahrung von Müttern zeigen man kann Wein trinken montags und dienstags und mittwochs und donnerstags und freitags und samstags mit den Mädels und sonntags da machen wir ein Restday oh John Steele bringt ja sogar Soldaten mit ohne die kommen weil wir ja gerade gegen äh Patriot vorgehen könnte ich mir auch vorstellen your minion open seat executing instructions get it a spot of teeth anyone a scheme has succeeded doo 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 ich überlege die ganze Zeit ob ich nochmal zu viel verlieren könnte und du hast anscheinend ein Klugheißproblem gerade gehst aber an nichts hier ran ey der kriegt die Krise weißt du ich bin ich bin weißt du ich kann dich zu viel zu viel zu viel zu viel zu viel nicht ich bin antz zu viel Ach, Stil kommt durch die Front. Verbesser mit dem Karaokerät die Kampfschergenmoral. Auch wenn dir dieses Lied nicht mehr aus dem Kopf gehen mag. Boah Mädel, bewegt dich weg. Defec in der System. Über und aus. Du hast diese Bälle, den Moment Stil genommen. Executieren in... Rifle out! Your minions sind nichts mehr als Target Practice. Da krieg ich die Krise mit dem Spiel übrigens, ey. Jetzt hört die nicht auf mich, ey. Die geht irgendwo hin. Du kriegst sie... Verstehst du einfach nicht. Die KI ist nicht desaströs. Die Handlanger sind manchmal ein bisschen übereifrig. Du kannst aber jeden einzelnen Minion befehligen, in einem gewissen Bereich zu arbeiten. Was übrigens in Tests kritisiert wurde, weil die die Funktion nicht gefunden haben. Und das mit der KI ist kein Grund. Finde ich. Weil die KI jetzt nicht so desaströs ist, dass du sagen würdest, die funktioniert nicht. Das ist viel von deinem Arbeit. Aber deine Agenten gegen mich schlägt das zu fragen. Du verstehst nicht das Stil-Programm. Für jeden Agenten, die du töten, eine andere kommt, um seinen Platz zu nehmen. Ich denke nicht, dass das passieren wird. Auch wenn Stil sehr viele getötet hat, was auch wieder merkwürdig ist. Die Training ist gestorben. Die Training ist gestorben. Das Stil ist keine Atomic Olga. Das sowieso nicht. Ich komm mir die ganze Zeit die Patreon-Leute. Ich komm mir die ganze Zeit die Patreon-Leute. Patreon. Nein, ihr wisst was ich meine. Patriot. Das magische Wort ist Lauf. Ich hab da das mit dem Friedensplan schon aktiviert. Ach deshalb. Kann ich die nicht da dran setzen. Das ist ein doofer Fehler. Da. Mein Computer sagt. Responding. Das Heat auf dem Kriminalnetwerk hat die Forsten der Justiz. Bei den kann ich ja erst präsentieren, wenn ich alle Diplomaten bei mir in der Basis habe. Da. 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 Das war ja hier der Bereich. Dan können. Wir hier wahrscheinlich. mein gott das ist ja gerade alles ein bisschen am überhitzen von der wut die gegen mich aufbringen hinten ist noch Mr. X hallo Ace so da kann man auf stufe 3 upgraden und das zone gehört ja schon zum patriotgebiet nicht mehr so dann komm mal her jetzt kannst ich mich wieder da dran setzen kann ich mal alle da dran setzen könnt euch mal unterhalten über gott und die welt und wie es ist ein ganove zu sein da fehlt doch der jäger da so das Mr. X grad drüber gegangen warum auch immer der gerade hier oben rumlungert dann zerstört das vermächtnis als nächstes das erste haben die ich mal kaputt gemacht mir fehlt es anscheinend auch wieder an söldnern ich habe einfach das gefühl dass die die waffen einfach nicht also nicht ziehen das ist halt irgendwie total obwohl doch hier oben haben die ein paar knüppel rausgenommen knüppel betäubungs ständer so ein paar haben sogar wirklich die besseren nagelstab ständer sachen genommen aber in waffen ist es halt einfach bitter da passiert einfach nichts mit berichte 40 berichte für schnelle geld ah moment habe ich nicht sogar noch eine weitere mission dann hier für geld ne ne durch den schuss habe ich nur eine geld generierende geld generierende mission bekommen so ach so kann mir gerade nichts leisten so dafür muss ich sogar extra platz machen kack track kack 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 und zur holung geht da oben auch keiner mehr hin kack 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 Äh, entsende ein Arbeiter, um Johnsteen seinen Unterschlupf einzuladen. Das macht keinen Sinn. Warum hockt er auch gerade gar nicht hier? Du musst weitere Sachen zerstören. Ich bin der Schnellser Kapitel. Ich mach das noch, bevor das dicht gemacht wird. Wobei, nee, das schaffen die nicht. Ach, da ist die Diebin, die will ich jetzt nicht bei mir einladen. Dann machen wir es hier. Das geht auch. Du meinst, die Wachen lassen sich im Nahkampf abballern, weil sie einfach nett sind. Ich kann es nachvollziehen. Ist halt ein bisschen schade. Man muss halt genau abgezählt bauen. Nein, das kann man nicht machen. Ich kann nicht einfach die Knüppel abreißen, weil die hoherstufigen Knüppel sind nicht für alle Wächter. Das ist ja das Problem noch, ne? Dann könnte man es vielleicht genau abgezählt machen und dann könnte die Situation entstehen, dass ja noch irgendwelche Kung-Fu-Kämpfer diesen billigen Knüppel haben und nicht den besseren Knüppel genommen haben. Ich weiß eh nicht, warum die nicht die Waffen upgraden. 128.000 für Gehälter. Mein passives Einkommen ist unter den Gehältern. Miss Foxworths Anstrengung als Leiterin des Steel-Programm könnte eine Gefahr für dich bedeuten. Finde mehr über ihre Pläne heraus. Zum Beispiel, warum sie John und Jane Steel-Agenten auf die Welt loslässt. Wird ja auch irgendeinen Grund haben. Was ist denn da eine Mission drin wie in einem Zweier-Netzwerk? Nicht, dass ich genau wüsste, wie die verschiedene Missionen auszusehen haben. So, da auch mal Geld abzapfen. Man merkt halt schon, dass ich jetzt in der Leerlauf-Phase bin. A criminal network has been upgraded. A criminal network has been upgraded. Research has resumed. Falsch rum. Ich habe das Gefühl, dass die Anzahl der Betten zu gering ist. Aber das kann auch nicht sein. Ich habe mehr als genug Betten. Kann man das einstellen, was für eine Waffe die tragen? Schergenmanager. Filter. Research has resumed. Hm. Sophia. Nein. Ich finde auch schade, dass in der Übersicht nicht drinsteht, was die überhaupt für eine Waffe tragen. Die benutzen die besseren Waffen einfach nicht. Das finde ich halt eine Sache, die komisch ist in dem Spiel. Warum benutzen die nicht meine besseren Waffen? Warum pümmeln die immer mit den einfachen Waffen rum? Aber das ist ja auch ein Nachteil für mich. Guten Abend, Flo. Digga, mit dir immer noch alle hier um. Die hört zu gut auf mich. So. JC wieder anlocken. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Aua. Ah, verdammt. Ah, mein Zeh. Ich hab mich, glaub ich, heute Morgen im Garten verletzt. Dann die alten alle abreißen, bis die guten Waffen benutzt sind und dann die alten wieder aufbauen. Tja, wenn das mal so einfach wäre. Und dann sterben wieder Leute, dann müssen sie das wieder von vorne machen. In der Reihenfolge. Obwohl es sollte dann eigentlich nur die normalen Wachleute betreffen. Für alle anderen gibt's ja Waffen. Nur die normalen Leute haben dann keine besonderen Waffen. Kein Mensch braucht Betäubungswaffen. So, dann gucken wir mal. Wo bist du, Agent Steel? Oder kommst du von vorne wieder? Oder kommst du von vorne? Dut-du-duh, dut-duh, dut-duh-duh-duh,banget Dann schmisst man weg. Dann schmisst man weg. So, da könnt ihr auch Geld abzapfen. Das kannst du auch eben machen. Wenn da gerade keiner steht, warum nicht? Da ist er, oder? Ne, das sind die, äh... Da ist die Vorhut. Das sind die Entwickler, äh, mein Gott, Entwickler. Ermittler, die gerade eingetroffen sind. Das sind die Entwickler, die gerade eingetroffen sind. Das sind die Entwickler, die gerade eingetroffen sind. Ganz wie geplant. Besiegesstil. Äh, heißt das, der ist jetzt schon irgendwo? Steam sagt jetzt bestimmt... Oh, da ist er doch! Ich seh nix. Ah, John Steel, Superagent. So stark, dass er jeden Spielautomaten links liegen lässt. Ihr Minions sind in Kampf. Kann er auch die Hundefalle ausweichen? Ja. Weil er ein Arsch ist. I want Agent Steel found and taken care of. You lost this battle the moment Steel took the field. Jim has stolen. That's how your Minions dress. No wonder Agent Steel prevailed. You did quite the novel on that agent. Und schon, ich kann heute nicht sitzen. I don't imagine. You understood what message you were sending. Smearing John's memory like that. Natürlich habe ich es. Wenn du ein Blut schraubst, dich schraubst in seiner Gesicht. Und du schraubst. Du kannst dich selbst sehr glücklich denken, aber du hast eskaliert alles. Er ist alles gut. Wir gucken jetzt die Waffengestelle an für die nächste halbe Stunde und gucken, ob da wirklich eine Waffe gezogen wird, von denen die nachtrainieren. Ach, wir wissen alle, dass das nicht funktioniert. Dass da irgendein dämlicher Fehler drin ist. John und Janes, die persönlich sind auf der Weltkarte in Aktion getreten, um deine schändlichen Pläne zu stören. Halt sie davon ab, dein fieses Werk zu zerstören. Miss Foxworth, glad I caught you. I was just thinking, it had been too long since I watched an Agent Steele die. You know, whenever someone wasted time gloating to John, he'd always turn the tables, escape and kill them. But you're not John Steele, are you? Just an up-jumped secretary who can't get over. What for that noise? Unsinn. Das liegt nicht an meinem Monolog. Es liegt daran, dass Steele kacke ist. A scheme has succeeded. They don't stand a chance. You're a henchman. Easy combat. Fährt leider gleich auch runter. 60. Biologen. Hallo Sir Camelot.